So, eins haben sie schon weggetragen Ah, eins ist 12 Uhr, genau, der ist auch beim Ja, jetzt ist er rausgegangen Das ist weit links Wir sind rausgeschossen Wir sind auch zwei mit weggespritzt, das war schön Ah, dann haben wir die Nächste Ja Ich sehe den Stecker Stecker und der ist ein bisschen weit von der Scheune, wer fährt nach links Da kommt er jetzt raus Ja, ja Ja, ja Ja, hab ich gesehen Fährt jetzt auf die Straße Warte bis er hochkommt, warte bis er hochkommt Jetzt kommt er Jetzt auf die Straße Jawohl Ja Auf 280 Grad Ist ein Daimler Hinterm Baum, genau 280 Fährt nach rechts Weiter nach rechts Jetzt bei der Scheune Da darfst du raten Grünzeug Ne, weiter rechts Weiter rechts Ich sehe ihn auch nicht Ich sehe ihn 120 jetzt Da, wo der Logi ist Ach da, ich sehe ihn ja Oh, drei Alle gestorben von der Entry Neuer Tankmarker beim MSP Ja, Churchill Auf der Tank Genau Grünzeug Grünzeug Ja Kriegt Hits von unserem zweiten Tiger Sender Sender Und Baum Ist direkt an unserem Tiger Hm, komm Schööööön Schöööön Schöööön Ha Oh Das ging aber auch schnell Das ging aber auch schnell Ist irgendwie nicht so Intensiv Die Panzergefechte Äh Ähm Hellcat auf 240 600 Meter Links eindringen 42, okay Ist er? Da ist er Äh Ja Treffer Hält an Hält an Es steht immer noch genau da Ist verwundert Fährt jetzt weiter Aber aufschießen Ist hier weiter links Ist hinterm Ball Flieger Flieger Können für uns sein Hat uns gesehen Die Halter Schieß zurück Ist nicht für uns Ist nicht für uns Ist nicht für uns Ohja Schön Kommt noch Flieger Ne 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 Zerstört 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 Ach dann habe ich wahrscheinlich den Motor anklang so ein bisschen groß gehört Ja da ist Ja da ist Der Commander Auf 12 11.30 Circa Auf der Ja da ist Auf der Steht auf der Commander drauf Und Flaster Der will weg sind Hast du den raus geschossen? Sehr gut Ja Jawohl Du ziehst die untere Wanne Du ziehst die untere Wanne Ja 11.15 Auf der Tankmarker Genau auf der Tank Ach da neu Treffer Ja jetzt bewege dich jetzt zurück Vielleicht kannst du noch einen rein drücken Haben mich gesehen Haben mich Shit Da fährt zurück Da fährt zurück Ja Kommt noch einen Flieger Noch einen Flieger Durch Hohbang einfach Oder ein Stück Ist halt gefährlich Ne Eigentlich müsste vorher einer rausspringen Und hinausspringen wo er steht Weil das eine kleine Moschie geht Ja wenn ihr in die Seite sind Ist noch was bei euch oder? Ich glaube der ist hier bei mir an meiner Leiche auf der Höhe Ja und dann haben wir 12 Okay steig mal aus Der ist hier irgendwie bei mir ist Ja der fährt zumindest in deine Richtung Ja Soll ich noch was holen? Links kommt ne Hellcat M10 kommt links Ich seh's Ich setz einfach so 10 Uhr vor uns Ja Ziemlich nah Sieht uns auch Schieß gleich Schnell macht den Firefly auf Schnell macht den Firefly auf wie das machst, machst das falsch Wie das machst, machst das falsch Wenn du den Ich glaube die Hellcat ist noch geplatzt Wie das machst, machst das falsch Puschst du den Dann schießt er dir irgendwie auf einen Ohren die Seite In die Ammobox Wenn du nicht pushst Kommt ein Zweiterpanzer Immer dasselbe Spitt Ist nicht wahr Der fährt nicht Doch jetzt wird er Scheiße Treffartes Stück. Warte, ist das Sherman oder Firefly? Der Firefly. Aber, warte, der andere steht hier. Scheiße, ich hab ihn aus dem Blick verloren. Okay, jetzt hat sie hier Schlafer eins. Da. 10, 9. 12. Ist auch ein Firefly, ist auch ein Firefly. Scheiße. Oder? Was ist ein Idiot? Königst du gerade in den Händen? Ich seh den Pat... Kommt. So. Ich hab ihn vor. Da läuft auch Infanterie noch davor. Ja. Jetzt seh ich ihn nicht mehr durch den Busch. Ja, hab ihn gesehen, hab ihn gesehen. Genau, 12 Fahrer. Und Infanterie, stopp, stopp, stopp. Ja, ich zieh es hin. Ja, 12 Fahrer. Jo. Mgler. Tschüss, morgens. Rechte Flanke. Königstiger geplatzt. Morgensschaden. Mgler. Zerstört. Ich hab ihn mal ne Pistole. Ja, ich werde Flak angefassen. Ich bin in den Zettel. Hands am Schuss? Von rechts glaube ich das glaube. Vielleicht auch nicht. Schau zu, oder? Naja, der ist kam von links. Da ist ja 12 vor und direkt. Ich kann nicht markieren, ich bin kein Zuberteam. 12 vor, 12 vor. Ja. Hinter euch ist ne L-Kit. Hier ist noch ein Panzer. Hey, das ist ein Führer. Ach, hey. Meint ihr ja auch. Wegen, ähm... einen Täler lieber. Na, wir haben ihn gesessen. Was ist noch von innen? Einen noch? Was ist noch? Ich bin... Zerstört sich schon. Links fährt der... Links fährt der... Bradley, oder wie der... Ach. Bradley. Der ist jetzt genau links neben uns. Genau, einfach zurücksetzen. Oder... Wie heißt das? Ich kann mir da nicht mehr... Crayon. 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 Nichts zu langsam. Jop. Stopp. Ist jetzt links neben uns. Ach, scheißrotz. Dreh da hin. Weiter ein, train. Neun, neun. Ich bin jetzt von uns genauer. Ich geh am Stock. Boah, der links ist halt. Nein! Hä? Genau in dem Moment haben wir wieder eingedreht. Ja, das... Ja, der einfach vorwärts und wachs fahren. Ich glaube, das kommt am besten jetzt. Ja, ich bin zu langsam mit dem Tor. Hab mit. Bis jetzt, neun Uhr. Jetzt. Passt. Passt. Ja. Passt. Oh, sehr schön. Oh. So geht's auch. Super. Super.